So, Finn ist auf dem Heimweg, weil das Ding leider etwas dreckig ist und mein Auto relativ sauber ist. Ja, wenn man aber auf den Tarot guckt, 30 Sachen. Und Leon, wie findest du das? Geil. Hammer, oder? Ja, das ist halt Kuhberg. Ne, Michelle? Ja, der Finn hier vor uns, der soll ja natürlich auch auf den Messen, die jetzt dieses Jahr sind, 2018, natürlich auch ein bisschen was zeigen mit dem Crossbike. Dafür müssen wir halt gut üben. Natürlich soll er dann auch unterstützt werden von? Leon? Leon Gruner. Gut, Leon. Der Leon soll natürlich auch entweder das Tom Wright fahren, das coole Quad oder im Endeffekt die Kuhberg, die Hero. Oder die X-Force, die Hero hat ja 3 kW und die X-Force hat ja 8 kW Leistung. Das sind natürlich auch nochmal Weltenunterschied natürlich. So, wo fällt der Sohnemann durch? Er hebt sie schon. Aber ich auch. Irgendwo muss ich ja leider her haben. Ja, hat richtig Spaß dabei. So, mehr auf... Ah, Pfütze! Er will es ja natürlich wieder wissen, der Fuchs. Ja, ja, ja. Cool. Mehr auf funkwart24.com Tschüss, euer Manni. Und natürlich... Der Leon Brunner. Tschau. Das hast du gut gemacht. Du! Leon! Cool.